Was soll das? Mann! Ich will mich allein nicht sein! Oh ja! Hä? LOL! Hallo! 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 Die beiden sind so übertrieben, gut befreundet, das ist echt ne Liebe. Und immer wenn sie dann zusammenspielen, kann sie keiner auseinanderkriegen. Doch es gibt ein Problem, das Manu fast in den Wahnsinn treibt. Doch bei jedem Gespräch darüber schreit man ne Panisch rein. Denn er sieht's nicht sein. Und Manu platzt der Krage und sagt wie diese Schwein. Denn ich muss dir jetzt was sagen. Ey, Kopp ist voll mit Kott, voll mit Scheiße. Ob, wenn einer klappt, bleibt es leise. Und er ist bis zum Rand, voll mit Mist und Gans. Ohne Zweifel, einfach voll mit Scheiße. Nein, was soll das? Voll mit Scheiße. Mann! Hä? Null, voll mit Scheiße. Hallo! Hallo! Voll mit Scheiße. Mann! Mann! Null, voll mit Scheiße. Mann! 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 Voll mit Gott, voll mit Scheiße, oh Wenn einer klappt, bleibt es leise Denn er ist bis zum Rand, voll mit Mist und Gas Ohne Zweifel, einfach voll mit Scheiße Nein, was soll er? Voll mit Scheiße, Mann, hä? Null, voll mit Scheiße, Hallo, hallo? Voll mit Scheiße, Mann, Mann, Mann Null, voll mit Scheiße Null, voll mit Scheiße